da begrüße ich euch mal wie toll zu Steel Diver ja jetzt machen wir das nächste nur mit dem Mittelboot weil ich hab irgendwie kein Bock mit diesem Kleinboot mit diesem Kleinboot das Mittelboot sieht auch sehr schön aus jetzt treiben wir das wieder durch die durch die Dings durch die Mission so das ist ja schlauermann wieder ein bisschen mehr das Mittelboot heißt dass man das extra so langsam ein bisschen warten muss bis es sich eigentlich gar nicht wo auch wo auch und ich bin hier richtig was los und ich bin hier richtig was los so so ein paar Sekunden mehr oh ja es reagiert einfach nur zu spät hier so sie hochkommt bitte 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 so so jetzt können wir nicht aufladen sehr schön so ja Leute das muss man einfach mal tun das aufladen haha so 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 gleich sind wir fertig so we so 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 jetzt ein Warte mal ganz kurz Leute, wir gehen ein bisschen nach oben, wir laden auf, wir müssen mal was nachdenken, ok, gut, wir sind wieder voll aufgeladen, dann können wir nach unten, so, 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 wir schauen, wir machen nicht schon die Arbeit, ooooh, weil wir haben immer in der Schule sehr viel Arbeit, ich finde das auch scheiße, ehrlich, also, sie haben keine Ahnung von, wie viel Schulleben dort, so, lass mal rein, so, ich lebe mich für mich nicht nur einträchtend durch Arbeiten, das ist für mich eher Scaring-Arbeit, auch in der Schule ein bisschen weiter über die Ausbildung in der Familie, ich Smells auch nicht mehr, ich habe nicht mehr als Eigenstel vom ich verstehe das Schiff nicht, das ist so was mir bedroht wir fahren da rein, du blödes Ding halt, du Guscher ja, das ist unendlich, so schnell durchzukommen ich glaube, Leute, wir schaffen das nicht mehr können wir mal wegsprengen na, an, los oh, Baby, nur mein Stellstand nein naja, hohohohoho... runter runter runter, runter 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 not Pros Five Four sWOuuff,'nnos wie тысяч��고 esperto v surf OHIII oh gerade so vorm fuck ey ne fuck ich nicht oh das ist die Kampf um Not oder wow und ich bin bescheuert du scheiß U-Boot und schritt nach vorwärts oh ey das U-Boot kann man wirklich irgendwann verklappen oder so und der dritte Zwickler 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 nach okay leider das war aber von diesem Ort auch wenn sie die Europapart war ich habe mein Bestes versucht ich bin fast bis zum Ende gekommen die Scheiß-U-Boot was er nicht noch versteckt ist hätte ich nie reingetan ein Entwickler aber dies nur bischen nochmal den Bremsen aber egal so jetzt sind wir schon noch ein geben ja gut bei der Foghorn so Leute das war es erstmal von diesem Part und ich weiß sie haben leider nicht nicht geschafft aber es ist trotzdem was schönes gewesen ich freue mich schon auf den nächsten Papier Deutsch als die Lerwein ich sage wieder einem B und Bum-Bum-Bausro und zwei die mich daran erinnert haben bis dann wieder da möchte ich auch mal gefallen